Mikro Butcher Du habt zu deinem Notkontakturen gebrochen oder als läuf世 sleißen bleiben musst dann musst du deine Papiere herzeigen ido eine Art Grenzkontrolle Den passierst du nicht auch 33? 200 repet das ist mein Plan Ja wer will bei dir denn freiwillig Geld abgeben? Mh, weiß ich nicht. Ja eben deswegen mach ich's auf und wir teilen uns den Gewinn. Rih, wie viel Level hast du? Äh, 18. Brauchst du was? Brauchst du irgendwas in den Chat? Ich hab 66. Ja aber du bist ja der Star, oder? Ich bin in meinem Shop. Hä? Ja den mag ich mal, Jansen, Jansen. Wo ist denn Level? Was hat das denn bitte mit dem zu... Full-Enchanter? Weil... keine Ahnung. Ja FF. Andy, wie weit ist das von deinem... Ventlifier? Von meinem? Wie weit ist das von deinem... Genau, 66 ist Ventlifier. Von deinem Haus weg? Mein... mein Job? Pfff, keine Ahnung. Es ist genau in der Zentrale zwischen deinem Haus, Messershaus, Rieshaus und... Also von deinem Haus siehst du ihn. Ich weiß ja nicht wo Messer ist. Von deinem Haus, wenn du Richtung Ries schaust, dann auf der rechten Seite. Da warte, 4 Level. Was sieht man da? Ja, dann kriegst du gleich, dass ich ein Tierschwert habe und mir auf Level 30 verzaubern. Ui... Ui... Oh ja. Ne, ich leg mich weg. Ach, okay. Ui... Mach die Beine breit. Ja. Okay, hier geht's nicht weiter. Oh. Ähm... Wo baust du denn den Shop? Ich glaub ich seh die hier schon, oder? Ich glaub ich seh die hier schon, oder? Seid ihr überhaupt? Formen... Formen. Ja, ich hab' weiterbauen. Äh... Ich bin grade erst im Auffüllen. Hast du das auch gesehen, oder? Und ohne... Äh... Schalkerboxen ist Kacke. Dann magst du vielleicht kurz zu mir kommen, wegen Verzauberung? Das Ambi hat noch keine... Schalkerbox? 43 Gold. Kleine Stück. Ich muss kurz schauen. Boah, ich hab' auch richtig viel drin. Ja, ne. Die sind aber leer. Egal. Oh. Wie schön. Das sollte mal ne... Spitzhacke. Uh, Hardparker 3? Ja, ich hab' endlich ein... Riech hinter dir ein Eisen. Ja, was will ich mit dem? Ja... Du bekommst doppelt so viel Eisen, wie du mir Gold gibst. Das gibt's ja. Hä? Hansi, magst du kurz... Äh, ja, können wir machen. Kriege ich auch ein Haltbarkeit 3 Buch für das? Für Gold? Oder für Eisen? Nee, für Eisen. Für Eisen nicht. Eisen hab' ich ja selber genug. Nee, das Gold, was du... Was ich dir gegeben habe. Ach so. Äh... Pfff... Ja, dann... Behalt das Eisen und nimm dein Breaking 3 Buch mit. Ausnahmsweise heute. Weil ich heut' so in... Ah, ich hab' keinen vollen Enchanter. Dann gib mir das Schwert, ich reit' heim und bring's dir Enchanter zurück. Muss irgendwas Spezielles drauf sein, oder? Nein. Nein, einfach auf Level 30. Aha. Und was, wenn wirklich nur Müll drauf ist? Ja, wieder hergeben. Ich kann's ja öfters enchanten. Ich kann's ja dann wieder runternehmen und wieder neu enchanten. Ach so. Aha. Was hättest du denn gerne drauf? Was besseres wie Sharpness 2 auf dem jetzigen Diaschwert. Wie gesagt, in meinem Shop wäre ein Sharpness 5 Buch drin. Ähm, überhaupt kein Problem. Brauch' ich nicht. Aha. Ich geb's auf, Andi. Ich geb's nicht auf. Eines Tages werd' ich einen Diamanten damit verdient haben. Und dann hat sich's schon gelohnt. Die ganze Arbeit. Okay. Ja, ich glaube erst ab 30 Dias mach' ich gewinnen. So, Ole. Auf deinem Schwert wäre drauf Fire Aspect 2. Soll ich verzaubern, oder? Nur Fire Aspect 2? Ja, Fire Aspect 2 und Punkt Punkt Fragezeichen. Das seh' ich ja noch nicht, was sonst noch kommt. Und dann nur Schrott, ne? Ja, sicher verkauft der nur Schrott. Bane of Everpods 4 ist noch drauf. Cool, oder? Wow. Komm runter, die Scheiße. Ich hau so richtig auf die Kacke. Beim nächsten Mal wär' Unbreaking 3 und Knockback 2 und Bane of Everpods 4. Ja, das nehmen wir. Echt? Ne, ich hau's nochmal runter, das ist ja furchtbar. Okay. Ähm. Schon wieder Bane of Everpods. Ah, das ist ja Wahnsinn. Äh, nööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Sharpness 4, Unbreaking 3, hilft dir das was? Ja. Gut. Ich glaube, ich habe jetzt sechsmal Enchanted. Äh, hi. 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 Na? Hä? Alles klar. Ja. Okay. Ich frage lieber nicht, was du hier so machst. Äh. Gemeinschafts-Anvil. Achso, ja, der Gemeinschafts-Anvil verwenden, den ich ja gefreundlicherweise spendiert habe. Wow. Wow. Eigentlich nicht, er hat ihn einfach genommen aus meinem, aus meiner Putze. So. Ja, ich habe ihn nicht weggenommen. Mhm. Das ist eine Katze. Ich habe eine Katze? Ja, da ist eine Katze. Das würde ich aber wissen. Bei deinem Fichtenbaum. Oben. Das habe ich da gerade eine gesehen. Oh. Da ist eine. Ach ja, bring sie um. Oh-oh. Ich bin Bibi und Tina in einer Person auf Arm Matthäus und Sabrina. Ich rette zurück zum Ole. Ich schwind. Äh. Äh. Gebe ihm sein Schwert. Okay. Okay, Adi, es ist okay. Jeder darf, darf so seine, seine Sachen haben. Aber ich muss nicht alles erzählen, ne? Echt, interessiert euch das nicht interessiert euch das nicht? Ich habe es preisgegeben. Du darfst du selbst sein. Aber es sei es woanders sein. Aber halt nicht hier. Das ist so. Oh Mann. Ja. Oh Mann. Genau. Das ist das richtige Wort. Wer ist der O-Man? Wer ist'n O-Man? Der O-Man. Der O-Man. Äh. Da-da-da. Kommst du? Ne. Ich komme wieder bei dir vorbei. Für der vorliegenden Flame. Gibt's auch. Oh Frau. Wo bist du? Wieder beim Shop. Aber ich komme dann gleich wieder zu dir rüber. Ja. Nein, ich kenne den Weg schon gesagt. Flame. Jetzt. Das ist jetzt. Ja. Nie auszuhalten. Ja. Ja, er hat denn jetzt ne Woche Pause also. Bisschen zumindest. Na die? Oh. Wir haben sterben im Villager. Joa. Mal wieder. Mal wieder. Mach dir fast gar nix. Doch du tust den Villager nichts Gutes. Ich glaube, du musst dann mal ne Rebellion starten oder so. So. Das ist alles. Ausgebaut. Das heißt, ich kann wieder gehen. Richard hat was in die Bekloppten rein. Ja. 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 Kann nicht gehen, ich habe mein Essen vergessen. Was hat sie denn da angeschrieben? Ein Liter Milch, vier Roten. Weißt du, was du das nächste Mal zu tun hast? Bist du recht schreckt, oder? Zehn Bier. Weißt du wieder. Wenn du das nächste Mal mehr einkaufst, kriegst du es. Ja. Also nicht, dass ich einkaufen gehen würde, aber ich lasse das machen. Ach nee. Ich sehe gerade das Video von Ri. Den Bier. Ja. Alles richtig. Ich brauche uns hier später mal ne Bahn oder so zum Portal. Das haben wir vor in der Overworld. Und hier machen wir eigentlich keine Bahn, weil... Das wird ihr resetet. Ihr resetet. Oh, stimmt. Oh, stimmt. Schocker nicht. Nein. Das war ein Power 5 Punkt, der schon angespannt war. Wäre ich jetzt gestorben, wahrscheinlich dran. Upsi. Das wäre aber schade gewesen, das war ein erster Tod. Ja. Was? Ich bin doch nicht gestorben. Das haben wir gleich. Ja. Kein Problem. Ja, töten zählt nicht aus Tod. Äh, doch. Nein. Wie? Ich mache es so, dass ich Speed 2 Tränke mir reinhauen. Okay. Okay. Er kann nicht. Er hat noch nichts zum... Zum... Hat noch nichts zum braun. Ja, irgendwann werde ich auch solche Sachen haben. Mh, vielleicht. Vielleicht. Eines Tages... Kommt der Weihnachtsmann... Nein, der kommt nicht niemals. Kommt der heim nimmer. Kommt der heim nimmer. Das war gelogen, oder? Du siehst den voll. Jetzt habe ich ja gesehen, weil ich ja aus dem Portal ausgegangen bin. Ach so. Bei Ulys Haus. Aha. Ja. Ist doch schön, oder nicht? Die Emerald Blöcke gehen ja noch, aber das Quarz ist zu... Ist zu weiß. Was hättest du sonst hergenommen? Mach'n Baum. Mach'n Baum vorne hin. Clay. Clay. Okay. Ich würde dir Clay abkaufen. Clay. Oder grünen Clay, dass du sich die Landschaft einspielst. Pfff. Ne, das läuft so nicht. Dann sieht man es ja gar nicht mehr. Du kannst auch ein paar Baumstämme reinpacken und ein bisschen Blätter hinpacken. Dass es sich richtig in die Umgebung hineinpasst. Ja, genau. Siehste. Jetzt mag jemand schlafen gehen. Ich bin schon drin. Jetzt mach'n mir erst mal Hot & Spicy auf. Habt ihr auch so Probleme mit Phantome? Phantome? Ne. Ne. Ich hab' das jetzt einmal recht gehabt. Ach, diese Scheißviecher, die wollen, dass du schläfst? Ja. Ja. Ist doch eh Tag. Ja, gibt's die in Animal Crossing auch? Nein. Ne. Animal Crossing musst du durcharbeiten. Das wär' ja sonst alles gegen Tom Lux Philosophie. Eben. Stimmt, ja. Gearbeitet bis zum Umfallen. Ja, eben. Und nach dem Umfallen wird noch weitergearbeitet. Das auf jeden Fall. Ähm. Was wollt' ich jetzt Annik machen? Ach ja. Das könnte ich mal machen. Ich hab' jetzt ne Stack Gold, Andi. Willst du ein bisschen Gold haben? Willst du Eisen haben? Nein. Was würdest du dann dafür haben? Auch nichts. Ich bin im Anschluss glücklich, Andi. Ich will das aber nicht geschenkt haben. Auch. Dann nicht. Nicht, dass Andi noch die Nachrede hat, er zieht die Kleinen ab. Ich weiß gar nicht, was hättest du denn, Andi? Hast du ja nichts besonderes anzubieten? Nein. Er bietet verzauberte Bücher und Eisen. Tschüss. Du willst jetzt wohl nicht mit Andi handeln, oder? Zuerst so gegen seinen Shop husten und dann selbst Kunde werden, gleich nach dem gleichen Tag. Danke. Ich wär' auch kein Kunde, denn ich wollte einfach nur auskundschaften, was er jetzt anzubieten hätte. Ja, wart' ne Woche ab, dann kannst du dir das auch. Dann kannst du dir die Beacons aussuchen. Warte jetzt erstmal das Gold, auch wenn ich das nicht brauchen werde. Ach ja, wie würdest du von mir noch einen Goldblock bekommen? Warum von mir? Weil ich letztens wieder rübergegangen bin, mir zwei Gold zu holen, weil Andi mir mein ganzes Gold weggenommen hat, dass ich mir nicht mal eine goldene Karotte machen konnte zum Brauen. Ich wieder, ich wiederhole mich, du hattest mir erlaubt. Ja, 14 Gold, 16 Golderzen, dann waren noch 14 drin. Äh, wo ist das Gold dann hin? Äh, das liegt in der Kiste oben. Am Berg, in irgendeiner Kiste waren 14 Gold drin. Golderzen. Ah, hier. Oh, ich habe ja schon einen Diamant gemacht. War der von dir, Ri? Ja, ich weiß nicht was du machst. Du musst das boykottieren, Ri. Hä? Nee, das ist, äh, das war der Wandern, äh, Änder. Aha. Er hat da ein Buch gekauft, glaube ich. Weil du ihn immer so nett, äh, die, äh, Konkurrenz, äh, beseitigst. Aha. Würde ich eher sterben, als bei Anja zu kaufen. Tja. Ha. Ha. Slash. Kill. Add. Twilix. Das ist unfair. Du glaubst gar nicht, wie kurz davor ich daran war, dass ich das jetzt fertig eingebe. Das wäre richtig schnell mit, äh, Auto bevorstehen. Das hätten wir gleich gehabt. Das wäre überhaupt kein Thema gewesen. Ja. Dann kam es gemein gewesen. So, ein letztes Mal noch zum Shop reiten. Dann ist er endlich aufgefüllt. Dann kann das viel und so einkaufen gehen. Schoppe, schoppe, Alter. Sagst du das zum letzten Mal? Ich glaub nicht, dass du das zum letzten Mal sagst. Ich werd dich noch ein paar Mal nerven. Das wird aber meine... ...meine... ...meißt du nicht ändern. Ja, du wirst 10. Da gibt's echt gute Sachen. Zum halben Preis. Was denn? Halben Preis. Ja, im Vergleich zu Wounders gibt's. Man sieht halt Leute vielleicht, die mehr verlangen würden. Nachher. Es gibt ja nicht nur Bücher. Es gibt so viele tolle Sachen. Haha. Ja. Essen. Baublöcke. Alles, was das Herz begehrt. Ich hab alles, was ich brauch. Geil. Aber du hast noch keine Lytra-Ambi. Ne, das werd ich wahrscheinlich morgen machen. Heute werd ich noch ne Gunpowder-Farm bauen und dann... Dann kann's losgehen. Ist klar. Ja. Ja. Ja, ich bin jetzt auch ein bisschen um Lärm fahren. Rüstung schauen. Also geht's morgen Abend in Sehn? Vielleicht. Ja, wär doch nice. Ja, aber wenn dann... Hm? Scheiße. Montagabend werde ich eh nicht mehr wirklich groß oder sehr lange da sein, denke ich. Warum Montagabend? Ja, weil ich dann wieder gehen muss. Warum fängt das am Dienstag an? Weil es am Montagabend ein Rücken ist. Um 20 Uhr... Ne, 22.30 Uhr muss ich da sein. What the fuck? Was ist das für'n Scheiß? Hätte ich wahrscheinlich um... Was? Gar nicht mehr. 9 losfahren. Bescheuert. Das ist komplett... Komplett bescheuert. Komplett bescheuert. Komplett bescheuert. Komplett bescheuert. Komplett bescheuert. Aha. Aha. Mein Schwert ist bei allem Arsch. So. Ich hätte mir noch... Ich hätte mir noch ein Schwert holen können. Ja. Machen. Craften. Kannst du eins bei Andy kaufen? Danke. Kettenheimt. Feuerschutz 3. Wer will? Eine Kettenhose. Kettenhemd? Ja, nehm ich. Kauf ich dir ab. Kettenhose auch. Ne, hab ich schon. Kettenhemd? Hat noch 12 Haltbarkeiten. Dann pack ich mehr ein Ding drauf. Ja, kannst du gucken, ist bei der Ding drin. Kannst du dafür ein Buch ausleihen? Äh, ausleihen. Aus... 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 Ja. Ich... Wenn ich's nicht mehr brauche... Dann gib's das zurück. Dann gib's das zurück. Dann gib's das zurück. Ist dann einfach keine Verzauberung mehr drauf, aber das passt ja auch. Ja, ja. Kein... Kein Thema. Zona... Zona Zombies. Mach mal vorwärts hier. Kommen so langsam runter. Kommen so langsam runter. Am... Ne, Entity Cramming, da kriegen sie erst ganz normal Schaden und dann irgendwann sterben sie, oder? Irgendwann stirbt dann halt einer als erstes, genau. Das heißt, die anderen sind dann alle ganz Low-Health. Schön. Mhm. Und regenerieren sich aber auch nicht mehr wieder. Wenn mal eben kurz aufkommen. Schon wieder? Ja, schon wieder. Bis gleich. Dann nicht einmal reinhauen. Wen willst du eine reinhauen? Okay. Ja, okay. Irgendwie geht das nicht so, wie ich dachte. Egal. Indy Kill ist wahrscheinlich wieder hoch bei mir. Aber nicht wirklich schnell. Meine Güte. Ich glaube, ich mach jetzt einfach noch irgendwo ein cooles Schild hin, von wegen, alle Einnahmen von dem Shop werden gespendet an Corona-Bedüftige. Und dann passt das. Cool Level 20. Bedarfahr 4, Halperkei 3. Goldstiefel. Halperkei 2 von 91. Noch zweimal runterfallen dann. Noch zweimal runterfallen dann ist Weihnachten. Oh, mein Schwert ist put. Shop ist fertig. Wunderschön. Wunderschön. Ja, das Verzauber, da kann man ja eigentlich... Ja, stimmt. Ja, dann mach mal. Das war eigentlich die Aufforderung, glaube ich, von Ole. Hier, bitte, bau. Wenn man sagt, man sollte tun, dann bist du gemeint. Was war das jetzt? Wie, man sollte noch den Müll rausbringen. Aber ist auch du gemein, glaube. Krieg auf dich zu einem so einen Scheiß? Ach so, so. Okay, das war anscheinend falsch. dann habe ich jetzt dann konnte ich hoffe ich kann dir leider nicht mal was verkaufen was willst du denn kraften ich hab jetzt ein dispenser ich glaube ich gehe jetzt mal wie wir suchen warum warum nicht habe ich nicht weiß ich nicht gibt es nichts besonderes hast du mittlerweile schon irgendwo einen aufgang nein aber ich habe mich für die heute auch schon gefragt ich habe gesagt es kommt keine aha das klappst doch nur du ja mit dem pferd geht es ja eh super easy aber irgendwie hat sich nicht doch doch da hat sich was getan ok i like it nur fassaden ja ach nee ich habe ja erst angefangen ich weiß wo die tür ist ja aber ich finde mein pferd nicht mehr die tür ist vorne links was ich aha 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 fette kuhform fette schweineform ein paar hühner essen und leder und die hühner und kühe habe ich nicht mal getötet blumen kann man nicht vermehren diese nicht mehr aber wenn du da eigentlich schon auf dem weg bist dann könntest du direkt gleich beim shop noch vorbeischauen weil da liegt im prinzip eine sichtweite dann von da aus wo du gerade bist du musst jetzt einfach nur 180 grad umdrehen da gibt es viele tolle neue sachen ich schau mal aber ich eine komplette kettenrüstung jetzt im angebot wer kauft denn eine kettenrüstung intelligente leute ich habe das schild ungefähr ja das macht man mit der farbe jetzt bitte schwarz jetzt ist es schon 1 14 haben wir das auch schon gemacht beim letzten mal ja ja nein ja natürlich ja jetzt musst du das schild wieder zurückfärben das war erst gemacht das wusste ich gar nicht so das ist interessant damit kann man sachen anstellen mhm ja man kann sachen damit anstellen mit so vielen sachen und alles klar lookout denn ich hab schon wieder ja bement employment alles klar